Maite Kelly gab erst im Oktober 2017 ihre Trennung von Florent Raymond bekannt. Jetzt ist die 38-Jährige offenbar wieder heftig am Flirten. In der ARD-Show Schlager-Champions, das große Fest der Besten, turtelte die Sängerin ganz ungehemmt mit Roland Kaiser. Er hat so süße Brusthärchen hier, mit denen man schön spielen kann, sagte Maite vor laufenden Kameras. Dem 65-Jährigen schien der Flirt ebenfalls zu gefallen. Das Magazin Das Neue zitiert den Schlagerstar. Maite ist das Feuer, sie lockt mich immer aus der Reserve. Die blonde Sängerin sei für ihn ein großer Gewinn. In der Sendung gaben die beiden ihren gemeinsamen Song Warum hast du nicht Nein gesagt zum Besten. Dabei kam sie sich auch körperlich immer mal sehr nahe. Alles nur Show oder echte Zuneigung? Darüber lässt sich nur spekulieren. Vermutlich sind die beiden einfach nur sehr gut befreundet. Immerhin kennen sie sich schon mehrere Jahre. Außerdem ist Roland Kaiser seit 1996 in festen Händen. Aber ein bisschen flirten kann ja auch mal ganz schön sein. Und wer weiß, manchmal entwickelt sich aus einer guten Freundschaft eines Tages doch noch Liebe. Und die siehst du stattfinden kannst. Aber letztens nicht Duo aus einem grid symbolicehmen. Sehr um Hause. Das war es ganz schön. Und das ist ein повert Blick und ist ein wenig. Vielen Dank.